Herzlichen Glückwunsch der Kulturstiftung der Länder zum Geburtstag. Wir freuen uns immer, wenn wir miteinander zu tun haben. Die Kulturstiftung der Länder ist für uns einer der wichtigsten Finanzierungspartner, und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Länderseite. Wenn die Kulturstiftung der Länder sich hinter ein Projekt stellt, wenn sie dabei ist, nicht nur finanziell, sondern auch mental, wenn sie es wirklich möchte, dann schaffen wir es auch gemeinsam. Die Kulturstiftung der Länder zum Geburtstag- Aber das verstärkt ist für uns auch nicht so gut. Und vielleicht auch noch einampfhörer und wie viel zu tun haben. Ich würde mich nicht Glen, der so nicht mehr und wie viele verschiedene Ä Guys mit, wie viel mit einer Art und Weise, der so eine andere Art und Weise einer festzustellen. Und dann haben wir es mit der Gewürzegang,